Ich habe dieses Mikrofon hier samt Software verlost, das ist das Dabla Studio Kit 2 von Woklea. Das ist ein MIDI-Mikrofon, mit dem ihr Beatboxen könnt, ihr könnt damit halt Melodien einsingen, ihr könnt damit auch Effekte einsingen, das bedeutet eure Stimme wird direkt zu Mininoten umtransferiert und dann direkt in euer Musikprogramm geladen, egal ob es Ableton ist, FS Studio, Cubase, you name it. Und ich habe dazu ein kleines Video erstellt, das haben wir hier drüben, und zwar ist es halt einmal MIDI-Mikrofon etc. Der Link dazu wird auch nochmal in der Beschreibung drin sein und wir hatten halt die Möglichkeit hier einfach so ein bisschen zu kommentieren und aus den Kommentatoren wird dann der Gewinner verlost. Das habe ich jetzt einmal kurz gemacht, ich habe mir die ganzen Leute hier rausgeschrieben und das einmal hier in das Gewinnspiel-Tool reingemacht und jetzt werden wir das Ganze hier einmal verlosen. Ihr seht schon hier, das sind ganz viele Leute, ich glaube das sind über 40 Leute. Und jetzt haben wir einmal hier den kleinen Trommelwirbel. Und drei, zwei, eins. Herzlichen Glückwunsch an Bashiwutz. Die Namen, die killen mich jedes Mal. Herzlichen Glückwunsch an dich, ich werde dich jetzt anschreiben. Wir werden irgendwie in Kontakt kommen, dann regeln wir alles Weitere. Ich werde dann deine Kontaktdaten an Voklia weitergeben, die werden dich dann kontaktieren und dann dich nach deiner Adresse fragen und sowas. Es geht halt alles ohne mich vonstatten, damit ich auch nicht irgendwie deine Adresse habe und sowas. Das fände ich auch irgendwie ein bisschen komisch. Also da habt nur ihr dann Kontakt, also du und Voklia. Und ich freue mich, dass du es gewonnen hast. Du kannst ja mal mich irgendwie auf den Laufenden halten, wie es dann für dich funktioniert und was du damit alles erstellt hast. Und ich freue mich, dass wir wieder was verlosen konnten. Wir haben schon RC20 Retro Color haben wir verlost, drei Lizenzen davon. Wir haben schon D-Stand Drum Shaper verlost, wir haben Melody Source verlost, wir haben Melody Source 2 verlost, wir haben alle möglichen Sachen schon verlost und ich freue mich, dass wir damit weitermachen können. Und jetzt haben wir das erstmal Hardware dabei und ich arbeite noch sehr, sehr hart daran, euch weitere Sachen kostenlos zu geben. Und wir werden uns auf jeden Fall noch weiter bei weiteren Gewinnspielen sehen und bis dahin schaut fleißig die Videos weiter und etc. Und ich freue mich, wenn es euch gut geht. Ciao! Ciao!